Ruf die Schweine, denn jetzt kommt Boxplay auf funwill.eu und zwar eine Runde. Bereite, vier Survival Games. Ich fühl mich ehrlich gesagt so richtig so in die Vergangenheit zurückgesetzt. Hier ab 9.30 Uhr wird zurückgeschossen. Wie bitte? Ab 9.30 Uhr wird zurückgeschossen. Ey, mir fällt auch ein, ich habe ungelogen. Hier steht der Knopperator. Ich hab bestimmt seit einem halben Jahr, na gut, vielleicht. Warum drehen sich eigentlich alle Spieler? Ja, das ist einfach dieses Losgerente. Seit Monaten nicht mehr Survival Games gezockt. Ich weiß noch, bei dem Event zu dieser Map habe ich Debitor geklatscht. Ja, du warst so richtig stolz drauf. Ich habe mich schon so ein bisschen gefreut. Ich war schon so ein bisschen stolz bei, ne? Ja, der schwang so ein bisschen. Der schwang schon so ein bisschen seinen Penis mit. Erzähl mehr davon, Andi. Mehr. Viel mehr. Viel mehr. Viel mehr. Boah, ich... Und nicht meine Route. Geh weg. Es gibt keine Route. Ich platz dich jetzt. Ey, das war eine Kiste. Ich laufe gerade einfach irgendwo lang. Alter, Steinschwert, Bitch. Zwei Eisen, Bitch. Übrigens Tipp, ihr solltet mal anfangen, die Steuerungstaste zu massakrieren. Wieso? Weil das tausendmal mehr Premium ist als... Das habe ich... Stimmt, das haben wir in einem Update-Video vorgestellt. You don't say. Und du benutzt... Alter, ich bin Boss in the hood. Ich benutze es auch nur in diesem PvP-Kram, wenn ich gerade mal dran denke halt. Ich denke nie dran. Das ist ja der Punkt. Alter, ich habe fast eine komplette Rüstung, Kian. Ja, ich auch, aber ich habe kein Schwert. Ich habe einen Steinschwert. Alter, das macht gerade so Spaß, einfach weil ich mich... Das ist einfach so richtig dieses Oldschool-Feeling. Alter, ich habe gleich einen Eisenschwert zusammen. Was ist hier los? Ich habe das einfach ewig nicht mehr gemacht. Blaues Einhorn. Oh. Gerade in 1.7 ist das mit dem Essen saukrass. Du verlierst richtig fastly das Essen. Also... Richtig fastly? Okay, das hat mir nichts gemacht. Ich glaube, du hast richtig fastly deine Englisch-Skills verloren. Ich weiß. Sree, bro. Sree, ey. Ich dachte gerade, Andi wurde geslayt, aber er ist einfach am Slayen. Alter, er ist ein Slayer. Er ist ein richtiger. Es ergibt sich so eine Metal-Band, die Andi immer hört, die Slayer heißt. Ich höre die nicht so lang. Slayer. Oh, oh, oh. Also ich wollte nur sagen, ich habe jetzt ein Eisenschwert, Pfeile. Also ich habe eine komplette Eisenrüstung, aber kein Schwert. Immer... überhaupt kein Schwert. Dolmen, wo spielen wir eigentlich? Ähm, auf Funware hast du am Anfang schon gesagt. Echt? Funware.eu? Was? Den mittlerweile wieder besten deutschen... Den mittlerweile wieder deutschen... besten deutschen Minecraft-Server? Ja? Waaat? Ey, hier ist jemand gestorben, wie geil. Null. Ich wandle auf den... Warum verliert man jetzt eigentlich in 1.7 so schnell Essen? Ich bin doch voll kacka. Man weiß es nicht, aber es ist so. Hey, liegen überall... Dian, Dian, das ist campen, wenn ich irgendwo rumstehe und mich regeneriere. Ja, definitiv. Da wirst du sofort gebannt. Und das ist gebannt, ja. Ich will nicht, dass es campt. Boah, ich will mal jemanden killen. Irgendwie habe ich noch... Hat einer von euch überhaupt schon Feinkontakt gehabt? Ja, Andi, ne? Alter, ja, ich hatte dick... Andi hat... Hat sich dicken Feinkontakt. Er qualifiziert sich immer selbstständig für die Uploads dieser Videos. Oh, Premium. Ich habe ein Eisenschwert und wenn ich einen von euch treffe, kann ich ihm das Material geben für noch ein Eisenschwert. Ich habe selber schon noch Material für ein Eisenschwert. Mir fehlt nur noch ein fucking... Ich habe aber schon... Okay, dann habe ich drei Eisenschwerter, wenn ich das bauen würde. Mir fehlt nur noch ein Stick, man. Ich habe nämlich von den beiden Typen da, die das hatten. Die hatten beide zwei Eisenschwerte, aber keine Rüstung. Falls ich noch zwei Diamanten catche. Wer lebt denn überhaupt noch? Ich weiß, weil ich lebe nur noch hier. Boss des Moonhots lebt auf jeden Fall noch. Ja, oben, wenn du einen Tab drückst, siehst du die doch eigentlich. Tatsächlich. Ich versuche gerade aus dieser... Oh, mhm, Steak, mhm, Spinnweben, mhm. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Dreier-Team. Ey, ist das nicht illiker? Ja, sind Sie sicher, dass Sie zu dritt spielen? Die laufen zumindest zu dritt. Die laufen zu dritt auf mich zu, das ist unfair. Die banne ich gleich mal. Ja. Mach einen Screenshot, Andi, dann kannst du dich... Mr. Outback-Team. Ach nee, der will mit dir Team machen, Andi. Na toll, da kommt einer mit dir immer ein Schwert. Nein! Echt? Wo bist du, Däumen? Ah, der will Frieden machen, der will Frieden machen. Alter, der Typ hat gerade dick abgesahnt. Der hat dick abgesahnt, dieser Casper. Nein, der hat mich unten auch in den anderen angeklickt, die beide voll equipped waren. Also, ich und er waren voll equipped. Scheiße, da muss ich Casper finden, Alter. Casper in the hood. Check. Nee, gar nicht, warte mal. Doch, in Xantos war das. Xantos Place hat richtig abgesahnt. Ich hab einen neuen Westen... Oh, der ist so cool. Ich liebe Knoppenrator. Oh, guck mal, jetzt hat sich Andi schon dequalifiziert. Ja, wurde so gut lief. Wieso? Bist du tot? Ja, ich habe gar nicht mehr geklatscht. Wir leben länger als er. Ja, aber ich habe doch noch keinen Fight-Kontakt. Ich habe drei Leute verfolgt. Ich konnte auch nichts mehr. Ja, einer wollte ich. Ja, war ich. Spend mal eine Aufnahme an, ne? Nein. Nein. Alter, ich... Alter, komm, ich... Die Anwälte, ich spektakle dich ja gerade, ne? Und du hüppst bei mir drehend und springend über die Map. Ja, was meinst du, was ich mache? Du drehst dich doch nicht währenddessen. Nein. Von mir drehst du? Ich habe Hacks, Alter. Geln, du hast verloren, das weißt du. Knoppenrator. Knoppenrator, was auf dem Demon-Strengenke hatte. Warst du schon immer auf der Baustelle? Erstmal muss ich jetzt jemanden töten. Boah, Alter. Knoppenrator, die sind einfach... Das sind einfach richtige Homies. Ich töte ihn. Ich liebe den Typ, der ist cool. Der ist richtig korrekt. Alter, das Spinnnetze, der Lappen gesetzt hat. Knoppenrator wird gerade gekillt. Ja! Ich würde mal sagen, den Jungen habe ich ordentlich gefistet. Was ist, dass du dich Knoppenrator tötest? Ja, Knoppenrator. Dann ist Homie. Achso. Pfeile, danke. Noch mehr Pfeile, danke. Hast du ein Goldschirm? Was soll ich denn mit Pumpkins? Aufsetzen. Dann... Ey, die wirft mich mit Eiern ab. Dann! Eier, Eier, wir brauchen... Räum! Räum dich, Anjiko, räum dich. Was willst du ihm sagen? Soll er gerade mich töten? Nein. Ich habe nur Däumel gesagt. Stürb! Stürb! Hast du gerade deinen Teamkameraden umgebracht? Nein! Das sieht voll episch aus, Alter. Was macht der denn? Das ist der, der mich gekillt hat, Däumel übrigens. Verfolgt den Lappen! Rett ihn nieder! Das Match startet in 10 Sekunden. Das Match? Ja, klar. Was ist los auf FunWil? Endspunny, FunWil 2.0! FunWil 2.0? FunWil.eu! Oh, Scheiße. Das kann man hier jetzt nicht mehr raus. Alter, geht mal weg von mir, ihr Huren! Bei Ihnen ist es schön thematisiert. Was auch immer. Soll nicht Knoppenrater töten. Jetzt musst du das dir manchmal demonstrieren töten. Nein, ihr müsst... Ah, hallo, ihr dürft nicht hier Team machen. Das ist ja wohl total asozial. Ja, natürlich darf man Team machen im Das Match. Nein, das darf... Ich kenne jetzt die Regeln ehrlich. Natürlich darf man das. Ich glaube, man darf das nicht. Darf man sogar auch anderen. Ja, gebt einen Fick auf, Haif. Aber ordentlich. Nachtschlag. Der Däumel kann jetzt nicht sein Homie töten, Alter. Das geht nicht. Naja, ihr könntet ja ein Duell machen. Und dann machen Däumel... Komm, Däumel, lass ihn töten! Komm! Nein, nein! Ich kann Knoppenrater nicht einfach ver... Jetzt töte ihn, töte ihn einfach. Töte ihn einfach, Eishka. Aber das ist unehrenhaft eigentlich. Also, du hast dich nicht gegen Knoppenrater... Nein! Ach, nein! Nein, aber Knoppenrater, ganz echt, er hat es verdient. Oh, nee, ich wäre nicht... Knoppenrater. Ich wäre ohne Knoppenrater nicht da, wo ich heute wäre. Ich wäre ohne Knoppenrater nicht da, wo ich heute wäre. Er hat mich an die Spitze gebracht, der Gesellschaft. Alles klar. Dann war es das wohl mit der heutigen Ausgabe von Survivor Games. Und noch schönen Gruß an Knoppenrater, du bist mega cool. Ja, jetzt darfst du auch... Alter, er hat einen Pinguin als Skin. Er hat einen Pinguin als Skin. Ein Kaiser-Pinguin. Ich verneige mich von Knoppenrater. Das ist aus wie aus der einen Werbung der Pinguin. Ich bin ein Eis, Eis, Pinguin. Pinguin. Nein, das ist eine Bronchial-Werbung da. Der Pinguin mit dem Bronchitis. Okay, auf jeden Fall an dieser Stelle. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Schaut mal vorbei auf funnwil.eu, dem besten deutschen Minecraft-Werfer mittlerweile wieder. Und da bleibt so zu sagen, gönnt euch ein Abo oder lasst es bleiben. Bis zum nächsten Mal.